Musik Aufgrund einer Verletzungsmisere im Club wurde Moritz Schepsmeier im Sommer 2012 für den SC Magdeburg verpflichtet. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich vom SC Magdeburg ein Angebot bekommen habe. Und da musste ich auch nicht lange zögern und habe das Angebot dann sofort angenommen, weil das einfach ein toller Klub ist, die ich mich sehr geehrt fühle, hier spielen zu dürfen. Er unterstützte mit vollem Einsatz und Kämpferkraft den Verein. Auch international wollte er mit dem SCM den Pokal holen, verletzte sich aber im Viertelfinale des EAF Cups schwer an seiner linken Wurfhand. Mit seinem spielerischen Einsatz spielte er sich schnell in die Herzen der Fans. Insbesondere in die der weiblichen. Ich wollte dir eine Freude machen, werde gleich noch folgende Frage formulieren. Wie teuer war die Weste, die du für Katja angefertigt hast? Nein, war nur ein Spaß. Charmant, witzig. Und auch außerhalb des Spielfeldes mit vollem Herzen dabei, das war sein Jahr bei uns. Danke, Moritz Schepsmeier. Danke, Moritz Schemaier. Danke, Moritz Schemaier.